Dieses Tutorial zeigt, wie man in SPSS in Boxplots zusätzlich Datenpunkte einfügt mit unter anderem folgendem Ergebnis. Zunächst wird wie gewohnt ein Boxplot erstellt, also über Grafik, Diagramm-Erstellung. Aus der Galerie hier unten wird der Boxplot ausgewählt und per Doppelklick hier oben eingefügt. Nun wird die abzutragende Variable auf die Y-Achse gezogen, beispielsweise bei mir das Einkommen. Sollen Boxplots für Gruppen erstellt werden, wird zusätzlich eine Gruppenvariable auf die X-Achse gezogen, in meinem Falle beispielsweise die Wohnsituation. Dann würde man typischerweise mit Klick auf OK dieses Diagramm erzeugen, aber wir wollen die Syntax dafür, nämlich mit dem Klick auf Einfügen. Dann wird ein neues Fenster geöffnet, in dem jetzt die Syntax erscheint. Diese Syntax kann man markieren und ausführen, dann bekommt man natürlich wie gewohnt das entsprechende Boxplot-Diagramm. Allerdings fehlen uns natürlich noch hier die Datenpunkte, die wollen wir jetzt hier einfügen und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre diese übereinander gestapelt, die zweite sie nebeneinander gestapelt, also etwas versetzt darstellen zu lassen. Letzteres kennt man im Englischen auch als Jitter und ist passender, weil bei übereinander liegenden Datenpunkten eben nicht erkennbar ist, wie oft jene Ausprägung vorkommt. Zum Beispiel, wenn das Einkommen 3000 zehnmal vorkommt und es eben nicht nebeneinander gestapelt ist, sieht man auch nicht, dass es zehnmal vorkommt. Deswegen empfehle ich immer mit sogenannten Jitter zu arbeiten. Dazu kommen wir jetzt gleich. Um die Datenpunkte einzufügen, geht man in die Syntax und geht in die letzte Zeile bzw. macht nochmal eine neue letzte Zeile auf und schreibt erstmal das, was oben drüber steht, nämlich einfach Element Doppelpunkt und dann ein Leerzeichen. Wenn man die Punkte nicht nebeneinander haben möchte, reicht der Befehl Point und dann Klammer auf, also das, was ich gleich zeigen werde. Möchte man sie nebeneinander haben, würde man jetzt hier noch mit Punkt Dodge, Punkt Symmetric die Darstellung nebeneinander anfordern. Dann wird die Klammer geöffnet, Position, das ist standardmäßig immer dasselbe, dann nochmal die Klammer auf. Wenn man nur einen Boxblatt hat, also keine Gruppen, kommt hier die 1. Hat man eine Gruppenvariable, kommt hier die Gruppenvariable, also Wohnsituation. Und dann kommt auch schon die abzutragende Variable, also in meinem Fall das Einkommen. Letztlich dasselbe, was wir hier oben auch schon sehen können, das sollte also einfach auch kopiert werden können. Schließlich werden noch die entsprechenden Klammern gesetzt, also dass genügend Klammern zu sind. Wenn zwei geöffnet wurden, werden auch zwei geschlossen und jetzt könnte man das Ganze schon ausführen. Und da sehen wir, dass wir jetzt hier Datenpunkte haben. Die jeweiligen Datenpunkte können und sollten noch formatiert werden. Je nachdem, was optisch besser passt, können sie etwas vergrößert und farblich angepasst werden.